Letzte Woche Freitag sind neue Beweise für den Angriff auf unsere Nord Stream Pipeline aufgetaucht und zwar direkt vom polnischen Außenministerium. Die sagen nämlich, dass die Amerikaner über den Nord Stream Angriff Bescheid wussten und es zugelassen haben. Erneut geht es nämlich um den polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski und eventuell erinnert ihr euch ja an diesen Mann. Er war es nämlich, der einen Tag nach dem Angriff auf Nord Stream den Amerikanern dafür gedankt hat. Damals postete er nämlich dieses Bild auf Twitter, welche die zerstörte Nord Stream Pipeline zeigt und er den Amerikanern dafür dankte. Und das war einer der ersten und vielen Hinweise, dass die Amerikaner selber die Pipeline gesprengt haben oder zumindest daran beteiligt waren. Und letzte Woche Freitag kam dann ein neues Interview mit genau diesem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski in der polnischen Zeitung Judge Polita mit einer äußerst interessanten und brisanten Aussage. Und zwar ging es eigentlich in dem Interview um das Verhältnis zwischen USA und Polen, den Wahlen, Ukrainehilfen und vieles mehr. Aber er ließ einen sehr brisanten Nebensatz mit wichtigen Informationen fallen. Ich übersetze direkt mal mit dem Google Translator. Wer hat im September 2022 die Nord Stream Rohre gesprengt? Damals haben sie sich in den sozialen Medien bei den Amerikanern gedankt. Verdächtigen sie sich schon die ganze Zeit? Und der polnische Außenminister antwortete, wenn man der Presse Glauben schenken darf, wurden das von jemandem gemacht, der ein persönliches Interesse daran hat. Und jetzt kommt es, pass auf. Und die amerikanische Seite wusste vorher darüber Bescheid und verhinderte die Sache nicht. Bitte was? Die amerikanische Seite wusste vorher über den Angriff auf Nord Stream Bescheid und hat es nicht verhindert? Also weder haben sie es selbst verhindert, noch haben sie Deutschland oder Russland informiert, um diese Sache zu verhindern. Oder vielleicht haben sie ja auch Kanzler Scholz informiert und der wollte das ebenfalls nicht verhindern. Und eventuell ist ja auch genau das der Grund, warum Scholz so oft nach Amerika fliegen muss, um dort neue Instruktionen für die Geheimhaltung zu bekommen. Aber so oder so, dieser Angriff auf unsere kritische Infrastruktur muss auf allerhärteste bestraft werden. Und wenn Amerika laut dem polnischen Außenminister von diesem Angriff Bescheid wusste und es nicht verhindert hat, dann machen die sich mitschuldig. Und da muss man sich doch langsam mal die Frage stellen, wie kann man diesem Amerika mit diesem Wissen jetzt überhaupt noch vertrauen? Wie können wir mit denen Verträge und Bündnisse machen, wenn die uns so krass hintergehen? Wie können wir denen unsere Verteidigung anvertrauen? Also diese ganze Nord Stream Affäre stinkt bis zum Himmel und wird mit jedem Beweis immer schmutziger. Und ich meine, der polnische Außenminister macht doch solche Anschuldigungen nicht zum Spaß. Der ist ein ranghoher Politiker mit vielen Insider-Informationen und einer guten Vernetzung. Und wenn der solch krasse Anschuldigungen macht, dann muss unsere Polizei und unsere Justiz sofort die Ermittlungen aufnehmen und auch die USA ins Visier nehmen. Es kann doch nicht sein, dass Nord Stream trotz so vielen Hinweisen und so langer Zeit immer noch nicht aufgeklärt ist. Das ist nicht nur extrem lächerlich, sondern auch sehr gefährlich, weil eventuell schlagen die Täter ja demnächst wieder zu. Was haltet ihr denn von diesen harten Anschuldigungen des polnischen Außenministers gegenüber Amerika? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.